Musik Guten Morgen meine Damen und Herren Ich bin Ben Watt Musik 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 Ich bin Florian und hier sind die Nachrichten Musik Es wird immer wieder beobachtet, dass der Eimer mit weggeworfenem Essen voll ist. Woran liegt es? Schmeckt das Essen nicht oder ist zu wenig Zeit zum Essen? Alle Schüler der Klasse 5 kamen heute mit erledigten Hausaufgaben zum Unterricht. Musik An dieser Stelle möchten wir unserem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wer hat eine Frage? Hallo Herr Motzkus. Was oder wer hat Sie dazu inspiriert, Lehrer zu werden? In meiner Jugend war ich sehr sportbegeistert, Volleyball, Fußball, Schwimmen. Das Wetter. Guten Tag, liebes Publikum. Noch eine Frage, Emily. Brauchen wir heute noch einen Ringschirm? Musik Musik Im Südwissen brauchst du einen Sonnenschirm statt im Norden, weil es da regnet wie ein Ström. Das war das Wetter. Tschüss bis zum nächsten Mal beim Wetter mit mir. Applaus Hat es dir auch gefallen oder gab es Probleme? Nein, mir hat das sehr gut gefallen, besonders das Stiefdruckgebiet. Musik Ja, denn nochmal einen großen Applaus für alle, die mitgemacht haben. Einmal auf die Bühne. Kommt nach vorne nochmal. Genau. Danke für dieses schöne Lied. Jedoch war es das jetzt schon mit unserer Sendung. Mein Name ist Jannis und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß beim nachfolgenden Film. Tschüssi. Applaus 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 Applaus